Das SwissStone SX567 ist Ihr treuer Begleiter in Freizeit und Beruf. Es ist besonders robust gebaut und gegen Wasser sowie Staub geschützt. Egal ob beim Wandern, im Strandurlaub oder auf der Baustelle, mit diesem Handy sind Sie überall erreichbar. Es verfügt über eine Dual-SIM-Funktion, es können also zwei SIM-Karten verwendet werden. Die beleuchteten Tasten und der Farbdisplay sorgen dafür, dass Sie jederzeit den Durchblick behalten. Bestellen Sie jetzt gleich online oder lassen Sie sich von unserem Kundenservice beraten.